Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich St. Patrick's Cask Strength Oak Aged Irish Whisky. 53%. So, auf der Flasche steht hier natürlich und auf meiner Dose steht Distilled, Matured, Blended and Bottled in Ireland. Also, distilliert, greift, geblendet und auch abgefüllt in Irland. Interessant, interessant. So, ich mache die Flasche hier auf. Whisky Base 68526. Es gibt nur 1425 Flaschen davon weltweit und ich habe Flasche. Ich muss echt hier, hier drauf schauen, um die Flaschennummer zu haben. 444. Auch eine interessante Nummer. Aber was mich stört, das sage ich ganz ehrlich, ist, ich sehe das nicht, dass es hier auch meine Flasche ist. Doch, haha, wow Jason, fang nicht an hier. Also, es ist da und da. Super. 444. Also, Limited Edition. Ich lese, was hinten drauf ist. Hab ich noch nicht. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Aber was ich weiß ist, es wurde in First Fill Bourbonfässern gelagert und das wurde Best Irish Cast Strength 2016 gekürt. Nicht mehr mein Lieblings Writer's Tears. Oh, der ist ganz schön weit hinten. Sondern das hier, St. Patrick's Cast Strength, hat gewonnen. Das wird gesourcet von Middleton. So, handcrafted in small batches using traditional techniques. Also, hand angefertigt in kleinen Charchen, in denen man traditionelle Techniken oder Methoden benutzt. Craft distilled in Ireland with grain and malted barley using naturally soft water. So, ähm, also klein, also craft ist dann, ach, klein, ist kein Großbetrieb, sondern Kleinbetrieb distilliert in Irland mit dieser grain und malted barley, also Getreide und gemelzte Gerste zusammen mit dem weichen Wasser. Patiently matured and carefully selected and numbered first filled bourbon barrels, each bottle is individually numbered. Geduldig gereift in bewusst oder sorgfältig ausgewählte und nummerierten First Fill Bourbonfässern. Jede Flasche ist individuell nummeriert. So, sehr, sehr schön. Sehr gut. Altersangabe gibt es hier irgendwie nicht. Deshalb sage ich jetzt hier, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie der ganz normale Irish Whisky. Drei Jahre alte Grain. Zusammengemischt mit wahrscheinlich so bis zu 21 Jahre alte, ähm, bis zu 21 Jahre alte Mauts. Aber das schreiben sie auch nicht hier drauf. Sonst, das mit einem 21 Jahre alt, würde ich ganz, ganz groß schreiben. Also von daher ist es auch nicht. Ha. Da steht nichts mehr hier drauf. Non-chilled filtered, ganz wichtig. Aber wegen Farbstoff steht auch hier nichts drauf. Immer wieder steht, ähm, enjoy alcohol responsibly. St. Patrick's Distillery, Cork, Ireland. Genieße Alkohol mit Verantwortung. Und wird auch hergestellt in Cork, Ireland. Was sagt meine Nase? Oh, übrigens, ich habe ein bisschen Wasser hier. Ja, das werde ich auch gut gebrauchen. Weiß ich jetzt schon. 43%, 53%. Wow. Wenn das wirklich der beste Fassstärke Whisky ist, Irland 2016, mache ich eine kleine Fragezeichen. Denn ich habe enorm viel Ethanol, also wirklich so, so Brennspiritus in der Nase gehabt. Vielleicht habe ich einfach nur zu stark daran gerochen, aber bei meinen Writers Tears Castrings 2016 habe ich es nicht gehabt. Uh, das schreit nach Challenge, nicht wahr? Gut. Was mache ich jetzt hier? Ich schaffe ein bisschen Platz. Also, denn diese Monster hier braucht immer Platz. Ich betone ganz groß Monster, also versuche ich das erstmal hier gut hier rauszukriegen. Ähm, ich tue es einfach zur Seite hier. Ähm, ihr seht das, kommt auch ganz bewusst hier rüber zur Seite. Ähm, Writers Tears 2016 Abfüllung. 2.640 Flaschen. Auch genau so 43%. Also das sind schon ähm, ebenbürtige Gegner. Hier habe ich die Flasche 1.820. 1.820. Hier habe ich die Flasche 444. Coole Nummer übrigens. Ich habe nicht gedacht, dass ich heute einen Vergleich mache. Uh. Diese Alkohol habe ich nicht in der Nase zuerst. Hier habe ich Alkohol. Also wirklich schade. So, ähm, wenn das ein Kriterium wäre für mich, das wäre schon ein K.O. Kriterium. Für mich Whisky Jason. Kann man fast noch nicht mal sehen. Oh, der ist so viel schärfer in der Nase. Da brennt schon ein paar Härchen weg. So, ähm, dann muss man einfach mal probieren. Hey, erstmal schauen wir Beine an. Sehr ölig, sehr lange. Wow. Die Beine sind sehr, 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 sehr. Sie sind eher klein und dünn. Und hier sind sie eher dick und ölig. Also, interessant. Das verheißt gutes. Dicke und ölige. Ähm, ich probiere mal erstmal mein Irish, mein St. Patrick's Cast Strength. 43% ohne Wasser. Dann danach kommt auch Wasser rein. Ungefähr von Mengen habe ich sie hier gleich gehabt. Ähm, Farbe ist mir echt total egal. Die können beide da Farbstoff reinhauen, wie sie wollen. Deshalb ist das nicht wichtig. Uh, diesen Clearen finde ich gut. Wow. Der ist echt jung. Hm, zum Schluss ist er gut. Wow. Hm, hm, hm. Und ich bleib bei diesem Ölig. Der ist echt gut. Hm, am Ende auch noch für 43, 53%. Aber am Anfang kommt er rein und sagt, Hallo. Schade. Bisschen Wasser zwischendurch. Das hat mein... Meine Zuschauerin zurecht bemängelt, dass ich so schnell wechsel von Glas zu Glas. Ich gebe mir nicht genug Zeit, um meiner Mund sich daran zu gewöhnen, um was anders zu trinken. Der schmeckt besser. Wow, der schmeckt echt besser. Hier waren Fässern drin, und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, die nicht mehr super toll waren. Das Holz am Ende ist absolut nicht genau, wie es sein sollte. Also Holzmanagement, Woodmanagement, also diese Fässern richtig auch auszuwählen, ist entscheidend für mich. Ich habe es schon zu oft gesagt, also vielleicht hängt es da ein kleines bisschen damit zu tun. Entschuldigung, ich mache zum Beispiel Kaffee nicht. Kaffee ist nur bitter für mich. Also wirklich bitter, 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 bitter. Und wenn das Holz geht in Richtung bitter, bin ich überempfindlich. So, jetzt werde ich hier ein bisschen Wasser reintun. Wer aufmerksam schaut, da hätte ich schon Vorurteile. Ich wollte meine Writer's Tears als beste beurteilen. Wer allerdings mal mein Blind Tasting gesehen hat mit The Irishman, mit Redhead, mit Copperpot und den drei Writer's Tears, weiß, dass die nicht so toll abgeschnitten sind. Oder haben nicht ganz so toll abgeschnitten haben. Jetzt hier mein Irish Whisky von St. Patrick's Distillery. Schmeckt eindeutig besser. Am Ende, wo ich am Ende gesagt habe, oh, ah, ah, ah. Ah, hier war wirklich so viel zu erwarten. Und hier war das am Schluss so, ah, ah, nee, nicht schon wieder das mit dem Holz. Irgendwie St. Patrick macht das mit dem Holzmanagement, Woodmanagement. Mit der Fässernauswahl haben sie echt ein besseres Konzept, offenbar, aus meinem Geschmacksnerven. Aus hier Writer's Tears. Beide sind gesourcete Whiskies. Beide kommen aus Middleton. Also von daher tut sich nichts unbedingt etwas jetzt hier von wegen, oh, andere Mashpill, andere Bedingungen. Nein. Gleiche Bedingungen jetzt hier. Und jetzt wird's gespannt. Oder für mich spannend. Ich hab zu viel schon von meinen, ähm, St. Patrick's mal probiert. Ich tue noch was dazu. So, damit ich ähnliche Bedingungen habe. Und ich werde hier, ähm, so, ziemlich genau, 0,5 da rein tun. Und jetzt, So, identische Mengen von Wasser da rein. Nase. Immer noch scharf. Immer noch ein bisschen bissig. Ein bisschen noch benzinartig. Oh, jetzt kommt da Birne ohne Ende durch. Das ist sowas von schön. Oh, das gefällt mir. Oh, da habe ich sogar noch ein kleines bisschen Haselnuss dazu. Oh, das ist schön an der Nase. Bissig. Interessant. Also von Nase gewinnt mein Brightest Tears schon zweimal. Am Ende immer noch Holz. Kriege ich auch nicht weg. Oh, gebranntes Holz. Also, da brauche ich echt ein bisschen Wasser zwischendurch. Also vorher war ich bei 53%. Jetzt bin ich 59, 48, 49, 48%. Ich und mit meinen 40% heute. Also, der wird ein Tick bissiger, finde ich, mit Wasser jetzt, momentan. Er war auch vorher bissig. Aber der wird noch bissiger. Interessant. Also, der wird gar nicht gezähmt. Deshalb. Und noch einmal. Ja, ich habe sowieso, glaube ich, hier das Problem. Jetzt sind wir ungefähr auf 43%. Ich probiere den noch einmal. 43%, 43%, 43%, ungefähr richtig. Jetzt ist er perfekt. Besser kriegt man den Brightest Tears nicht hin. Aber da ist immer noch ein bisschen an Alkohol da. Da ist ein bisschen Biss da. Ein kleines bisschen ist Holz im Hintergrund. Wobei der verschwindet jetzt hier, wo er verdünnt wird. Das ist nicht mehr so dominant wie vorher. Aber ganz, ganz zum Schluss ist ein kleines bisschen das noch da. Absolut super. Also, ich mache den genauso. Richtig, richtig schön. Nur mein St. Patrick's Distillery. Irish Whisky Cast Strength. Ungefähr auf 43% runter. Immer noch besser. Und das, was am Ende kommt, ist einfach süffig, schön, ölig. Eine Wonne. Echt. Oh, ist das gut. Und der ist auch fast perfekt denn dabei. Also, vielleicht hätte ich den Single Malt auch ein bisschen Wasser da reintun sollen. Gestern mit seinen 46%. Vielleicht auf 43% oder 40% hätte er mir besser geschmeckt. Das weiß ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Oh, der ist einfach gut. Kein Wunder, dass er gewonnen hat. Leute, ihr habt genau richtig gewählt. The Best Irish Cast Strength 2016 ist und war wirklich The St. Patrick's Cast Strength. 1.425 Flaschen. 2.640 Flaschen. Kauf das lieber. Also 68 Euro. Das war bei 80 Euro. Finger weg. Hier. Das wollt ihr haben. www.irish-whiskies.de Oder, ihr merkt, ich habe tatsächlich auch hier eine ganze Flasche. Ich habe eine von den 1.425 Flaschen ergattert. Also, da könnt ihr gerne mal ein Sample bekommen. Ich sage einfach mal, das kostet keine 12 Euro für ein 10CL Sample und keine 6 Euro oder 7 Euro, wie auch immer mit der Flasche. Kostet das für eine 5CL Flasche. Er lohnt sich. Das Zeug ist echt gut. Sehr, sehr gut. Schaut mal auf meine Liste. Unten ist es dann da. Alle Flaschen Jason.pdf. Könnt ihr dann haben. Eine gute, gute Sache. Und eine coole Flaschen Nummer. 444. Also, danke, irish-whiskies.de. Danke, Mareike, dafür. Also, das werde ich mir noch ein letztes Mal hier gönnen. Nämlich bei Fassstärke. Denn, bisher hat er überzeugt, sowohl bei 43% wie auch bei 48, 49%, wie auch bei 43% bis 40%. Der war echt, absolut, richtig, richtig, richtig gut. Immer noch gut. Vanille, Holz, Gerste. Nicht viel mehr. Bisschen Frucht dazu. Ich kann das heute Abend nicht mehr benennen, alles, was ich habe. Aber absolut schön. Richtig, 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 richtig nettes Zeug zu empfehlen. Also, St. Patrick's Cast Strength. 2+. Uh, ich glaube, ich habe ein, ja, 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 noch, eins minus glaube ich noch nicht, aber 2+. 6, 68 Euro. 3+, bis hin zu 2-, 2-. Cast Strength 1, Limited Edition 2, 3. Eine neue, unabhängige, naja, unabhängige, eine neue Distillerie, die selbst abfüllt. 4. Best Irish Cast Strength Whiskey, Strength Cast Strength Whiskey 2016. Also, viele Gründe, den zu probieren. Also, wirklich, wirklich hier, gute Sache. Vielen Dank, dass du es zugeschaut hast. Liken, abonnieren, auf meine Amazon-Seite klicken und was anders kaufen. Zu irishwhiskey.de hingehen und das dann kaufen. Oder auf meine Sample-Liste auch selbst eine Sample gönnen. Ob es eine 5CL ist oder ob es eine 10CL ist. Alles ist machbar. Vielen Dank, dass du es zugeschaut hast. Und bis morgen. Tschüss. Und bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020